Hi John! Hi Mel! Was ist heute deine Lieblingsübung? Heute war ich schräger Bauch, leichter Crunch, schräg. Okay, sehr schön. Möchtest du uns das einmal vormachen? Ja, gerne. Perrekt. So, die erste Version ist bei der Brüse auf dem Morgen. Hand leicht sind im Kopf und wir geben nur die Hand zur Dabaschenkel. Die Hand rutscht hoch zur Außenseite mit dem Knie und wieder runter. Hoch und tief. Wenn das ist zu leicht, dürfen wir gerne die Beine nach oben nehmen und der Außenseite vom Schienbein hoch und drücken. Sehr gut. 20 Sekunden rechts, 20 Sekunden links. 20 Sekunden rechts, 20 Sekunden links. Sehr schön. Dann geht es los in 3, 2, 1, los geht's! So schön leicht ist mit den Beinen gebeugt und die Hand rutscht von der Außenseite vom Knie, oben und tief. Wenn das ist zu leicht, nehmen wir die Beine hoch und rutschen in der Außenseite vom Unterschenkel hoch zum Fuß. Du darfst einmal die Seiten wechseln. Und wir wechseln uns während der Seite. Erstmal eine leichte Version. Genau. Sehr schön. Ein letztes Mal noch. Gut! Du hast es geschafft! Super! Danke schön! Bis zum nächsten Mal.